Die Gottesqual Gott hat mich mein ganzes Leben lang gequält. Von ihm selbst, Dostoevsky. Gibt es einen Gott oder nicht, fährt Ivan Karamasov in jenem furchtbaren Zwiegespräch seinen Doppelgänger, den Teufel, an. Der Versucher lächelt. Er hat keine Eile zu antworten, die schwerste Frage, einem gemarterten Menschen abzunehmen. Mit grimmiger Hartnäckigkeit dringt Ivan nun in seiner Gottesraserei auf den Satan ein. Er soll, er muß ihm Antwort stehen in dieser wichtigsten Frage der Existenz. Aber der Teufel schürt nur den Rost der Ungeduld. Ich weiß es nicht, antwortet er dem Verzweifelten. Nur um den Menschen zu quälen, lässt er ihm die Frage nach Gott unbeantwortet, lässt er ihm die Gottesqual. Alle Menschen Dostoevskys und nicht als letzter er selbst haben diesen Satan in sich, der die Gottesfrage stellt und nicht beantwortet. Allen ist jenes höhere Herz gegeben, das fähig ist, sich mit diesen qualvollen Fragen zu quälen. Glauben Sie an Gott, herrscht Stavrogin, ein anderer, menschgewordener Teufel, plötzlich den demütigen Schatov an. Wie einen Brandstahl stößt er ihm die Frage mörderisch ins Herz. Schatov taumelt zurück. Er zittert, er wird bleich, denn gerade die Aufrichtigsten bei Dostoevsky zittern vor diesem letzten Bekenntnis und er, wie hat er selbst davor gebebt, in heiligen Ängsten. Und erst wie ihn Stavrogin mehr und mehr bedrängt, stammelt er aus blassen Lippen die Ausflucht. Ich glaube an Russland. Und nur um Russlands Willen bekennt er sich zu Gott. Dieser verborgene Gott ist das Problem aller Werke Dostoevskys. Der Gott in uns, der Gott außer uns und seine Erweckung. Als echtem Russen, dem größten und wesenhaftesten, den dies Millionen Volk gebildet, ist ihm nach seiner eigenen Definition diese Frage um Gott und die Unsterblichkeit die wichtigste des Lebens. Keiner seiner Menschen kann der Frage entweichen. Sie ist ihm angewachsen als Schatten seiner Tat, bald ihnen vorauslaufend, bald ihnen als Reue im Rücken. Sie können ihr nicht entfliehen und der Einzige, der versucht, sie zu vernichten, dieser ungeheure Märtyrer des Gedankens, Kirillow, in den Dämonen, muss sich selbst töten, um Gott zu töten und beweist damit, leidenschaftlicher als die anderen, seine Existenz und Unentrinnbarkeit. Man blicke doch auf seine Gespräche, wie die Menschen vermeiden wollen, von ihm zu sprechen, wie sie ihm ausweichen und ausbiegen. Sie möchten immer gern unten bleiben im niederen Gespräch, im Small Talk des englischen Romans. Sie reden von der Leibeigenschaft, von Frauen, von der sextinischen Madonna, von Europa, aber die unendliche Schwerkraft der Gottesfrage hängt sich an jedes Thema und zieht es schließlich magisch in seine Unergründlichkeit. Jede Diskussion bei Dostoyevsky endet beim russischen Gedanken oder beim Gottesgedanken und wir sehen, dass diese beiden Ideen für ihn eine Identität sind. Russische Menschen, seine Menschen, können sie so wie in ihren Gefühlen auch in ihren Gedanken nicht Halt machen. Sie müssen unvermeidlich vom Praktischen und Tatsächlichen in das Abstrakte, vom Endlichen ins Unendliche immer ans Ende. Und aller Fragenende ist die Gottesfrage. Sie ist der innere Wirbel, der ihre Ideen rettungslos in sich reißt, der erschwerende Splitter in ihrem Fleisch, die ihre Seelen mit Fieber erfüllt. Mit Fieber. Denn Gott, Dostoyevskys Gott, ist das Prinzip aller Unruhe, weil er, Urvater der Kontraste, zugleich das Ja und das Nein ist. Nicht wie auf den Bildern der alten Meister, in den Schriften der Mystiker, ist er die sanfte Schwebe über den Wolken, selig beschauliches Erhobensein, Dostoyevskys Gott ist der springende Funke zwischen den elektrischen Polen, der Urkontraste. Er ist kein Wesen, sondern ein Zustand, ein Spannungszustand. Er ist, wie seine Menschen, wie der Mensch, der ihn schuf, ein ungenügsamer Gott, den keine Anstrengung bewältigt, kein Gedanke erschöpft, keine Hingabe befriedigt. Er ist der ewig Unerreichbare. Er ist aller Qualen Qual und mitten aus Dostoyevskys Brust bricht darum Kirillovs Schrei, Gott hat mich mein ganzes Leben lang gequält. Das ist Dostoyevskys Geheimnis. Er braucht Gott und findet ihn doch nicht. Manchmal meint er ihm schon zu gehören und schon umfasst ihn seine Ekstase. Da klirrt sein Verneinungsbedürfnis ihn wieder zur Erde. Keiner hat das Gottesbedürfnis stärker erkannt. Gott ist mir deshalb notwendig, sagt er einmal, weil er das einzige Wesen ist, das man immer lieben kann. Und ein anderes Mal, es gibt keine unaufhörlichere und quälendere Angst für den Menschen, als etwas zu finden, vor dem er sich beugen kann. Sechzig Jahre leidet er an dieser Gottesqual und liebt Gott wie jedes seiner Leiden, liebt ihn mehr als alles, weil er das ewigste aller Leiden ist und Leidensliebe den tiefsten Gedanken seines Seins bedeutet. Sechzig Jahre kämpft er sich zu ihm und lächzt wie trockenes Gras nach dem Glauben. Das ewig Zersprengte will eine Einheit, der ewig Gejagte eine Rast, der ewig Getriebene durch alle Stromschnellen der Leidenschaft, der sich Zerströmende den Ausgang die Ruhe, das Meer. So träumt er ihn als Beruhigung und findet ihn doch nur als Feuer. Er möchte selbst ganz klein werden, ganz wie die Dumpfen im Geiste, um in ihn eingehen zu können, möchte glauben können, im Köhler glauben, wie die zehnpattdicke Kaufmannsfrau, möchte es aufgeben, der Wissenste, der Bewusste zu sein, um der Gläubige zu werden, wie Verlaine fleht er. Donnez-moi de la Simplicité. Das Gehirn verbrennen im Gefühl hinströmen in die Gottesruhe, tierhaft dumpf, das ist sein Traum. Oh, wie streckt er sich ihm entgegen, er tobt brünstig, er schreit, er wirft die Harpunen der Logik aus, ihn zu fassen, legt ihm die verwegensten Fuchsfallen der Beweise, wie ein Pfeil schießt seine Leidenschaft auf, ihn zu treffen, ein Lechzen nach Gott ist seine Liebe, eine fast unanständige Leidenschaft, ein Paroxysmus, ein Überschwang. Ist er aber darum schon gläubig, weil er so fanatisch glauben will? War Dostoyevsky der beredetste Anwalt der Rechtgläubigkeit, der Bravo Slavi, selbst ein Bekenner, ein Poeta Christianissimus? Sicherlich in Sekunden. Da zuckt sein Spasma ins Unendliche hinein, da krampft er sich ein in Gott, da hält er die Harmonie, die irdisch Versagte in Händen, da ist er, der Gekreuzigte seines Zwiespalts, auferstanden in den alleinigen Himmeln. Aber doch, irgendetwas bleibt auch dann noch wach in ihm und schmilzt nicht hin im Seelenbrand. Während er schon ganz aufgelöst scheint, ganz überirdische Trunkenheit, bleibt jener grausame Geisteranalyse misstrauisch auf der Lauer und misst das Meer aus, in das er versinken will. Auch im Gottesproblem klafft der unheilbare Zwiespalt, der in jedem von uns eingeboren ist, aber den kein irdischer bisher zu solcher Spannweite des Abgrunds aufgerissen wie Dostoyevsky. Er ist der gläubigste aller und der äußerste Atheist in einer Seele. Er hat in seinen Menschen die polarsten Möglichkeiten beider Formen gleich überzeugend dargestellt, ohne sich selbst zu überzeugen, ohne sich selbst zu entscheiden. Die Demut, sich hinzugeben, sich ein Staubkorn aufzulösen in Gott und andererseits das grandioseste Extrem, selber Gott zu werden. Erkennen, dass ein Gott ist und gleichzeitig erkennen, dass man nicht zum Gott geworden ist, wäre ein Unsinn, durch den man zum Selbstmord getrieben wird. Und sein Herz ist bei beiden, beim Gottesknecht und beim Gottesleugner, bei Aljoscha und bei Ivan Karamasov. Er entscheidet sich nicht in dem unablässigen Konzil seiner Werke, bleibt bei den Bekennern und den Heretikern. Seine Gläubigkeit ist feuriger Wechselstrom zwischen dem Ja und Nein, den beiden Polen der Welt. Auch vor Gott bleibt Dostoyevsky der große, ausgestoßene der Einheit. So bleibt er Sisyphus, der ewige Wälzer des Steins zur Höhe der Erkenntnis, der er immer wieder entrollt. Der ewig Bemühte zu Gott, den er nie erreicht. Aber irre ich denn nicht, ist Dostoyevsky nicht den Menschen der große Prediger des Glaubens? Geht nicht durch seine Werke der große orgelnde Hymnus an Gott? Bezeugen nicht alle seine politischen, seine literarischen Schriften einhellig, diktatorisch und zweifelhaft seine Notwendigkeit, seine Existenz? Dekretieren sie denn nicht die Rechtgläubigkeit, verwerfen sie nicht den Atheismus als das äußerste Verbrechen? Aber man verwechsel hier nicht Wille mit Wahrheit, nicht den Glauben mit dem Postulat des Glaubens. Dostoyevsky, der Dichter der ewigen Umkehrung, dieser fleischgewordene Kontrast, predigt den Glauben als Notwendigkeit, predigt ihn um so inbrünstiger den anderen, als er selbst nicht glaubt im Sinne eines ständigen, sicheren, ruhenden, vertrauenden Glaubens, der geklärte Begeisterung als höchste Pflicht formuliert. Von Sibirien schreibt er an eine Frau Ich will ihnen von mir sagen, dass ich ein Kind dieser Zeit bin, ein Kind des Unglaubens und des Zweifels, und es ist wahrscheinlich, ja, ich weiß es bestimmt, dass ich es bis an mein Lebensende bleiben werde. Wie entsetzlich quälte mich und quält mich auch jetzt die Sehnsucht nach dem Glauben, die umso stärker ist, je mehr ich Gegenbeweise habe. Nie hat er es klarer gesagt. Er hat Sehnsucht nach dem Glauben aus Glaubenslosigkeit. Und hier ist eine jener erhabenen Umwertungen Dostoyevskis, eben weil er nicht glaubt und die Qual dieses Unglaubens kennt, weil nach seinem eigenen Worte er die Qual immer nur für sich liebt und Mitleid hat mit den anderen. Darum predigt er den anderen den Glauben an Gott, den er selbst nicht glaubt. Der Gott gequälte will eine gottselige Menschheit, der schmerzlich Glaubenslose die glücklich Gläubigen. An das Kreuz seines Unglaubens genagelt predigt er dem Volke die Orthodoxie. Er vergewaltigt seine Erkenntnis, weil er weiß, dass sie zerreißt und verbrennt und predigt die Lüge, die Glück gibt den strikten textlichen Bauern glauben. Er, der kein Senfkorn Glauben hat, der gegen Gott revoltierte und, wie er selbst stolz sagte, den Atheismus mit ähnlicher Kraft ausgedrückt hat wie niemand in Europa. Er verlangt die Unterwürfigkeit unter das Popentum, um die Menschen vor der Gottes Qual zu behüten, die er wie keiner im eigenen Fleische erlebt, verkündet er die Gottesliebe. Denn er weiß, dass Schwanken, die Unruhe des Glaubens, das ist für einen gewissenhaften Menschen eine solche Qual, dass es besser ist, sich zu erhängen. Er selbst ist ihr nicht ausgewichen. Als Märtyrer hat er den Zweifel auf sich genommen, aber der Menschheit der unendlich Geliebten will er ihn ersparen. So schafft er, statt hochmütig die Wahrheit seines Wissens zu verkünden, die demütige Lüge eines Glaubens. Er verschiebt das religiöse Problem ins Nationale, dem er den Fanatismus des Göttlichen gibt. Und wie sein getreuester Knecht antwortet er auf die Frage, glauben sie an Gott in der aufrichtigsten Konfession seines Lebens? Ich glaube an Russland. Denn das ist seine Flucht, seine Ausflucht, seine Rettung. Russland. Hier ist sein Wort nicht mehr Zwiespalt. Hier wird es Dogma. Gott hat ihm geschwiegen. So schafft er sich als Mittler zwischen sich und dem Gewissen selbst einen Christus, den neuen Verkünder einer neuen Menschheit, den russischen Christus. Aus der Wirklichkeit, aus der Zeit, stürzt er sein ungeheures Glaubensbedürfnis einem Unbestimmten entgegen. Denn nur einem Unbestimmten, einem Grenzenlosen kann dieser Maßlose sich ganz hingeben. In die ungeheure Idee Russlands, in dieses Wort, das er anfüllt mit allem Unmaß seiner Gläubigkeit. Ein anderer Johannes verkündigt er diesen neuen Christus, ohne ihn geschaut zu haben. Aber er spricht in seinem Namen, in Russlands Namen für die Welt. Diese seine messianischen Schriften, es sind die politischen Aufsätze und manche Ausbrüche der Karamasoff, sind dunkel. Verworren enttaucht ihnen dieses neue Christus Antlitz, der neue Erlösungs- und Allversöhnungsgedanke, ein byzantinisches Antlitz mit harten Zügen, strengen Falten. Wie von den alten rauchgeschwärzten Ikonen starren fremde stechende Augen uns an, Inbrunst, unendliche Inbrunst in sich, aber auch Hass und Härte. Und furchtbar ist Dostoyevsky selbst, wenn er diese russische Erlösungsbotschaft uns Europäern wie verlorenen Heiden verkündet. Ein böser, fanatischer, mittelalterlicher Mönch, das byzantinische Kreuz wie eine Geißel in der Hand, so steht der Politiker, der religiöse Fanatiker uns gegenüber. Wie ein Delirant, ein Heimgesuchter in mystischen Krämpfen, nicht in sanfter Predigt kündet er seine Lehre, in dämonischen Zornausbrüchen entlädt sich seine maßlose Leidenschaft. Mit Keulen schlägt er jeden Einwand nieder, ein Fiebernder, gegürtet mit Hochmut, funkelnd von Hass, stürmt er die Tribüne der Zeit. Schaum steht vor seinem Munde und mit zitternden Händen schleudert er den Exorzismus über unsere Welt. Ein Bilderstürmer, ein rasender Ikonoklast fällt er her über die Heiligtümer der europäischen Kultur. Alles stampft er nieder, der große Tobsüchtige von unseren Idealen um seinem Neuen dem russischen Christus den Weg zu bereiten. Bis zum Irrwitz schäumt seine moskowitische Unduldsamkeit. Europa, was ist es? Ein Kirchhof mit teuren Gräbern vielleicht, aber jetzt stinkend von Fäulnis nicht einmal Dünger mehr für die neue Saat. Die blüht einzig aus russischer Erde. Die Franzosen eitle Laffen, die Deutschen ein niedriges Wurstmacher Volk, die Engländer Krämer der Vernünftelei, die Juden stinkender Hochmut, der Katholizismus eine Teufelslehre, eine Verhöhnung Christi, der Protestantismus, ein vernünftlerischer Staatsglaube, alles Hohnbilder des einzig wahren Gottesglaubens, der russischen Kirche. Der Papst, der Satan in der Tiara, unsere Städte, Babylon, die große Hure der Apokalypse, unsere Wissenschaft, ein eitles Blendwerk, Demokratie, die dünne Brühe weicher Gehirne. Revolution, ein loses Bubenstück von Narren und Genarrten, Pazifismus, ein Altweibergeschwätz. Alle Ideen Europas ein verblühter, verwelkter Blumenstrauß, gut genug, in die Jauche geschmissen zu werden. Nur die russische Idee ist die einzig wahre, einzig große, einzig richtige. Im Amoklauf stürmt der rasende Übertreiber weiter, jeden Einwand mit dem Dolche niederstoßend. Wir verstehen euch, aber ihr versteht nicht uns, schon bricht jede Diskussion blutend zusammen. Wir Russen sind die Allverstehenden, ihr seid die Begrenzten, dekretiert er. Russland allein ist richtig und alles in Russland, der Zar und die Knute, der Pope und der Bauer, die Troika und die Ikone und umso richtiger, je mehr es anti-europäisch, asiatisch, mongolisch, taktarisch, umso richtiger, als es konservativ, rückständig, unfortschrittlich, ungeistig, byzantinisch ist. Oh, wie tobt er sich hier aus, der große Übertreiber. Seien wir Asiaten, seien wir Samaten, jauchzt er auf. Weg von Petersburg, dem europäischen, zurück zu Moskau, hinüber nach Sibirien, das neue Russland ist das dritte Reich. Diskussionen darüber duldet dieser gotttrunkene mittelalterliche Mönch nicht. Nieder die Vernunft. Russland ist das Dogma, das widerspruchslos zu bekennen ist. Man versteht Russland nicht mit der Vernunft, sondern mit dem Glauben. Wer ihm nicht in die Knie stürzt, ist der Feind der Antichrist. Kreuzzug wieder ihn. Hell schmettert er in die Fanfare des Krieges. Zerstampft muss Österreich werden, der Halbmond von der Hagia Sophia Konstantinopels gerissen, Deutschland gedemütigt, England besiegt. Ein wahnwitziger Imperialismus hüllt seinen Hochmut in Mönchische Kutte und ruft Dieu le veut um des Gottes Reiches Willen die ganze Welt für Russland. Russland also ist Christus der neue Erlöser und wir sind die Heiden. Nichts errettet uns Verworfene aus dem Fegefeuer unserer Schuld. Wir haben die Erbsünde begangen, keine Russen zu sein. Unsere Welt ist kein Raum in diesem neuen Dritten Reich. Erst muss unsere europäische Welt untergehen im russischen Welt reiche, im neuen Gottes reiche, dann erst kann sie erlöst werden. Wörtlich sagt er, jeder Mensch muss vorerst Russe werden, dann erst beginnt die neue Welt. Russland ist das Gottträger Volk. Erst muss es noch mit dem Schwerte die Erde erobern, dann erst wird es sein letztes Wort der Menschheit sagen. Und dieses letzte Wort heißt für Dostoyevsky Versöhnung. Für ihn besteht das russische Genie in der Fähigkeit, alles zu verstehen, alle Gegensätze zu lösen. Der Russe ist der Allversteher und darum der Nachgiebige im höchsten Sinn. Und sein Staat der Zukunftsstaat wird die Kirche sein, die Form der brüderlichen Gemeinschaft, der Durchdringung statt der Unterordnung. Und es klingt wie ein Prolog zu den Ereignissen des Krieges, der in seinem Anbeginn so genährt war von seinen Ideen, wie in seinem Ende von jenen Tolstois, wenn er sagt, wir werden die Ersten sein, die der Welt verkünden, dass wir nicht durch Unterdrückung der Persönlichkeit und fremder Nationalitäten das eigene Gedeihen erreichen wollen, sondern im Gegenteil Letzteres nur in der freiesten und selbstverständlichsten Entwicklung aller Nationen und in der brüderlichen Vereinigung suchen. Über die Berge des Ural wird das ewige Licht aufsteigen und das schlichte Volk, nicht der wissende Geist, nicht die europäische Kultur mit seinen dunklen Geheimnissen der Erde verbundenen Kräften unserer Welt erlösen. Statt der Macht wird die werktätige Liebe sein, statt des Widerstreits der Persönlichkeiten das allmenschliche Gefühl. Der neue, der russische Christus wird die Allversöhnung bringen, die Auflösung der Gegensätze. Und der Tiger wird neben dem Lame weiden und der Rehbock neben dem Löwen. Wie zittert Dostoyevskys Stimme, wenn er vom Dritten Reich spricht, vom Allrussland der Erde. Wie bebt er selbst in der Ekstase der Gläubigkeit, wie wunderbar ist er, der Wissenste aller Wirklichkeiten in seinem messianischen Traum. Denn in das Wort Russland, in die Idee Russland hinein, träumt Dostoyevsky diesen Christustraum, die Idee der Versöhnung der Gegensätze, die er in seinem Leben, in der Kunst und selbst in Gott durch 60 Jahre vergeblich sucht. Aber dieses Russland, welches ist es, das Reale oder das Mystische, das Politische oder das Prophetische? Wie immer bei Dostoyevsky, beides zugleich. Vergeblich von einem Leidenschaftlichen Logik zu verlangen und von einem Dogma seine Begründung. In den messianischen Schriften Dostoyevskys, den politischen, dem literarischen Werke, taumeln die Begriffe wie rasend durcheinander. Bald ist Russland Christus, bald Gott, bald das Reich Peters des Großen, bald das neue Rom, die Vereinigung des Geistes und der Macht, Tiara und Kaiserkrone, seine Hauptstadt bald Moskau, bald Konstantinopel, bald das neue Jerusalem. Die demütigsten allmenschlichsten Ideale wechseln brüsk mit machtgierigen slavophilen Eroberungsgelüsten, politische Horoskope von verblüffender Treffsicherheit mit fantastischen apokalyptischen Verheißungen. Bald jagt er den Begriff Russland in die Enge der politischen Stunde, bald schnellt er ihn in das grenzenlose Empor, auch hier wie im Kunstwerk die gleiche zischende Mischung von Wasser und Feuer, von Realismus und Fantastik offenbarend. Der Dämonische in ihm, der rasende Übertreiber, in ein Maß gezwungen, sonst in seinen Romanen, hier lebt er sich aus in pittischen Krämpfen, mit der ganzen Inbrunst seiner glühenden Leidenschaft predigt er Russland als das Heil der Welt, die alleinmachende Seligkeit. Nie ward eine Nationalidee hochmütiger, genialer, werbender, verführender, berauschender, ekstatischer als Weltidee verkündet, als die russische in den Büchern Dostoyevskis. Ein unorganischer Auswuchs der großen Gestalt scheint dieser Fanatiker seiner Rasse zuerst, dieser mitleidlose, ekstatische russische Mönch, dieser hochmütige Pamphletist, dieser unwahrhaftige Bekenner. Aber gerade er ist notwendig für die Einheit von Dostoyevskis Persönlichkeit. Wo immer wir bei Dostoyevsky ein Phänomen nicht verstehen, müssen wir seine Notwendigkeit im Kontrast suchen. Vergessen wir nicht, Dostoyevsky ist immer ein Ja und Nein. Die Selbstvernichtung und Selbstüberhebung, der zur Spitze getriebene Kontrast. Und dieser übertriebene Hochmut ist nur das Widerspiel einer übertriebenen Demut, sein gesteigertes Volksbewusstsein, nur das polare Empfinden seines überreizten persönlichen Nichtigkeitsempfindens. Er spaltet sich gleichsam selbst in zwei Hälften, in Stolz und in Demut. Seine Persönlichkeit erniedrigt er. Man durchsuche die zwanzig Bände seines Werkes nach einem einzigen Worte der Eitelkeit, des Stolzes der Überhebung. Nur Selbstverkleinerung findet man darin Ekel, Anklage, Erniedrigung. Und alles, was er an Stolz besitzt, gießt er aus in die Rasse, in die Idee seines Volkes. Alles, was seiner isolierten Persönlichkeit gilt, vernichtet er, alles, was dem Unpersönlichen in ihm, dem Russen, dem Allmenschen gilt, erhebt er zur Vergötterung. Aus dem Unglauben an Gott wird er Gottes Prediger, aus dem Unglauben an sich der Verkünder seiner Nation und der Menschheit. Auch im Ideellen ist er der Märtyrer, der sich selbst an das Kreuz schlägt, um die Idee zu erlösen. Möge ich selbst untergehen, wenn nur die anderen glücklich sind. Das Wort seines Starets verwandelt er in Geist. Er vernichtet sich, um in dem zukünftigen Menschen aufzuerstehen. Das Ideal Dostoyevskis ist darum, zu sein, wie er nicht ist, zu fühlen, wie er nicht fühlt, zu denken, wie er nicht denkt, zu leben, wie er nicht lebt. Bis in das Kleinste, Zug um Zug, ist der neue Mensch seiner individuellen Form entgegengesetzt, aus jedem Schatten seines eigenen Wesens ein Licht gebildet, aus jedem Dunkel ein Glanz. Aus dem Nein zu sich selbst schafft er das Ja, das Leidenschaftliche zur neuen Menschheit. Bis ins Körperliche hinein setzt sich diese beispiellose moralische Verurteilung seines Selbst zugunsten des zukünftigen Wesens fort, die Vernichtung des Ich-Menschen um des All-Menschen Willen. Man nehme sein Bild, seine Fotografie, seine Totenmaske und lege sie neben die Bilder jener Menschen, in denen er sein Ideal geformt hat, neben Aljoscha Karamasov, neben den Staretsosima, den Fürsten Mischkin, diese drei Skizzen zum russischen Christus, zum Heiland, die er entworfen. Und bis ins Kleinste wird hier jede Linie Gegensatz sagen und Kontrast zu ihm selbst. Dostoyevskis Gesicht ist düster, erfüllt von Geheimnissen und Dunkelheit. Jener Antlitz ist heiter und von friedlicher Offenheit, seine Stimme heiser und abrupt, die jener Menschen sanft und leise. Sein Haar ist wirr und dunkel, seine Augen tief und unruhig, jener Antlitz ist hell und umrahmt von sanften Strähnen, ihr Auge glänzt ohne Unruhe und Angst. Ausdrücklich sagt er von ihnen, dass sie gerade ausschauen und ihr Blick das süße Lächeln von Kindern hat. Seine Lippen sind schmal umkräuselt von den raschen Falten des Hohnes und der Leidenschaft. Sie verstehen nicht zu lachen. Aljoscha, Sosima haben das freie Lächeln des selbstsicheren Menschen über den weißen Zähnen blinken. Zug um Zug setzt er so sein eigenes Bild als negativ gegen die neue Form. Sein Antlitz ist das eines gebundenen Menschen, des Knechtes aller Leidenschaften, gebürdet von Gedanken. Das ihre drückt die innere Freiheit aus, die Hemmungslosigkeit, die Schwebe. Er ist Zerrissenheit, Dualismus, sie die Harmonie, die Einheit. Er der Ich-Mensch, der in sich eingekerkerte, sie der Allmensch, der von allen Enden seines Wesens in Gott überströmt. Diese Schaffung eines moralischen Ideals aus Selbstvernichtung nie war sie vollkommener in allen Sphären des Geistigen und des Sittlichen. Aus Selbstverurteilung gleichsam, indem er sich die Adern seines Wesens aufschneidet, mit dem eigenen Blute malt er das Bild des zukünftigen Menschen. Er war noch der Leidenschaftliche, der Krampfige, der Mensch der kurzen tigerhaften Ansprünge, seine Begeisterung eine aus der Explosion der Sinne oder der Nerven aufschießende Stichflamme, jene sind die sanft, aber stetig bewegte Keusche Glut. Sie haben die stille Beharrlichkeit, die weiter reicht als die wilden Sprünge der Ekstase, sie haben die echte Demut, die nicht die Lächerlichkeit fürchtet, sie sind nicht, wie die ewig Erniedrigten und Beleidigten, die gehemmten und verkrümmten. Mit jedem können sie sprechen, und jeder fühlt Beruhigung an ihrer Gegenwart. Sie haben nicht die ewige Hysterie der Angst, zu kränken oder gekränkt zu werden, sie blicken nicht bei jedem Schritt fragend um sich. Gott quält sie nicht mehr, er befriedet sie. Sie wissen um alles, aber eben weil sie alles wissen, verstehen sie auch alles. sie richten nicht und sie verurteilen nicht. Sie grübeln nicht nach Dingen, sondern glauben sie dankbar. Seltsam, er, der ewig beunruhigte, sieht in dem gelassenen, geklärten Menschen die höchste Form des Lebens, der Zwiespältige postuliert als letztes Ideal die Einheit, der Empörer die Unterwerfung. Seine Gottesqual ist in ihnen Gottes Lust geworden, seine Zweifel Gewissheit, seine Hysterie Gesundung, sein Leid, ein allumfassendes Glück. Das letzte und schönste der Existenz ist für ihn, was er selbst der bewusste und Überbewusste nie gekannt und was er darum für den Menschen als das Erhabenste ersehnt. Naivität Kindlichkeit des Herzens die sanfte die selbstverständliche Heiterkeit Seht seine liebsten Menschen wie sie schreiten ein sanftes Lächeln ist auf ihren Lippen um alles wissen sie und haben doch keinen Stolz sie leben im Geheimnis des Lebens nicht wie in einer feurigen Schlucht sondern schlagen es blau wie einen Himmel um sich sie haben die urfeinde der existenz sie haben schmerz und angst besiegt und darum gottselig geworden und sind darum gottselig geworden in der unendlichen brüderschaft der dinge sie sind erlöst von ihrem ich höchstes glück der erden kinder ist die unpersönlichkeit so verwandelt der höchste individualist die weisheit goethes in einen neuen glauben kein beispiel kennt die geschichte des geistes einer ähnlichen moralischen selbstvernichtung innerhalb eines menschen ähnlich fruchtbarer erschaffung des ideals aus dem kontrast märtyrer seiner selbst hat dostojewski sich ans kreuz geschlagen sein wissen dass es den glauben bezeuge seinen körper dass er durch kunst den neuen menschen zeuge seine eigenheit um der allheit willen er will seinen eigenen untergang als typus damit eine glücklichere bessere menschheit entstehe alles leiden nimmt er auf sich um des glücks der anderen willen und der sich sechzig jahre gespannt zur schmerzhaftesten weite seines gegensatzes zerwühlt zu allen tiefen seines wesens damit er gott und damit den sinn des lebens finde er wirft die gehäufte erkenntnis weg für eine neue menschheit der er sein tiefstes geheimnis sagt die letzte formel seine unvergesslichste das leben mehr lieben als den sinn des lebens hoff Diego die 战